Ja, weg. Entweder ist der PC jetzt überlastet, was die sein kann, oder der, die, ja, das Rendern ist, ähm, fertig. Oh! Was? Kill den, Junge! Was geht? Was war das denn jetzt? Nee, nee, ich will kein Risiko eingehen, ich speicher essen. Boah, was war das denn? Wie der abgegangen ist, der Viech? Geht mal gar nicht, ey. Sofort mit durchzogener Waffe rumrennen. Ja, jetzt liegt es ein bisschen, wo es geht. Naja, das von Rede Monster töten, aber wir haben jetzt nur einen Kollegen bei uns. Hallo? Wolf? Kill den! Das war wieder gar nicht knapp. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich kann ja nicht sterben. Ja, komm, hau rein. Am besten ist der, rennt in die Monster rein, killt sie und so weiter. Ach, die Wut fliegen ja, der ist ja... Die Bifaxi... Ach, ich bin ja... Wie ist das denn? Los, Verwaltung... Ach, komm... So, fertig, weiter. Ich stülle die Waffe von dem Marvin, ich spüre. Teamwork! 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 My Homie, Alter. Okay, da hinten kommen gleich zwei Warane. Was kann der schön machen? Schön EP. Egal. Ich muss erstmal hier warte. Okay, kann weitergehen. Ach, drei Warane. Und... Okay. Wenn du die jetzt... Ich hätte dich so davon umgebracht, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich werde euch später die Gänge zu den Lagern... Werde ich... Immer einen Cut machen hat. Nur jetzt, weil hier dann in dieser... Wahl bei uns ist am Monster-Tilten, Da braucht man ja jetzt nicht unbedingt... Noch filmen. Weil wir sind ziemlich schon fast wieder ganzen Part an dem... Gang hier an dem Marsch. Aber wie sieht's eigentlich aus? Ja... Schon wieder... Gut EP bekommen. Seit hier... Ja, heißt für mich EP. Ja, da guckst du mal. Ich bin gut im Sammeln. Ich seh's noch mal. Und weil du verkifft bist und die ganzen... Oh, ich dachte jetzt schon. Das würd ich sagen. Nur weil du verkifft bist und deine Hand nicht mehr vor Augen siehst. Na, okay. Geht ja irgendwie nicht, weil... Der führt uns hier ja gerade hin. Naja, was soll jetzt. Tja, Heilkräuter... Oh, die Heilkräuter, die ich gerade aufgesammelt hab... Von wegen mit den... Orangenen Blättern... Die findet man eigentlich nur ganz tief im Sumpf. Die braucht man später, ganz später... So'n Typ zu helfen. Wir sind angekommen. Doch eh durch trat ich... Viel Glück. Ach, der rennt hier zurück. Ja, das ist... Nett. Dass der uns einfach hingebracht hat. Oder wer nicht hier wollte. Hallo. Sei gegrüßt. Du bist dabei. Hat was für... Äh, ja. Ich bin... Fremde sind uns wild. Aber in... Ich brauche ein... So eine Templar-Rüstung. Immerhin besser. Umsonst gibt es... Ne. Kein Schwulrock. Hier, so sehen sie aus. Wie der da steht. Oh, mein Lester. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht Baner mit angesprochen hast. Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Mhm. Jo. Ich will mich der Bruderschaft an... Kor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzugehen. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Du... Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Jetzt haben wir den Weg zum... Ach, Lüppchen im Arsch. Werden wir schon finden. So. Ja, tschüss. Der Schläfer. Ähm... Ja. Zum... Kori müssen wir ja jetzt hin. Glaube ich, soweit ich mich da recht erinnern kann. Ach, falsche Taste. Ja. Das ist Kokonum. Und... ähm... Wir... Wir... Sprechen den hier an. Ich höre nicht mehr auf die Klasse. Ich höre nicht mehr auf die Klasse. Aber... Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner jetzigen Aufgabe. Ich will mich... Dann hast du bestimmt schon deine tägliche Rat... Ich denke drüber nach. Okay, dann gehen wir unser Sumpfkraut an. Ja, ja. Und wir gestört, ne? Ja, ja, ganz gut. Ja, ich habe Einfluss. Mach das. Mach dies. Hm... Ich will jetzt... Ne, ich bin leise. Sonst kommen noch etwas versautere Sachen aus meinem Mund. Weil er will einfach nur... Rauchen. Wenn er ein bisschen ankommt. Ja, oh, gib mir Sumpfkraut. Ja, ja. Ach, komm, blow mir ein. Ach, ja. Ne? Falls er versteht, was ich meine. Was hast du für mich? Hier. Nimm drei. Du Kaffer. Ich will... Du hattest... Ich will Han... Was will... Ähm... Ja, ich... Das kann... Ach, 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 ach... Das kann weg, genau. Den Scheiß brauchen wir noch. Hm... Leck. Jo. Ja, Heilbrust kann weg. Heilkröte behalte ich. Und... Ja, komm, ich gebe immer rein. Ja... Das wollte ich aber fällig gucken. Ich höre nicht mehr auf das Gefühl. Ich höre nicht mehr auf das Gefühl. Ich höre nicht mehr auf das Gefühl. Aber behalte ich für dich. So muss nicht gleich jeder wissen. Jetzt muss ja mal was gucken. Sagen wir mal, ich spreng jetzt bis... Ja, bis zum nächsten Morgen. Was könnte ich dann... Wie könnte ich dann... ... Ich will... Ich bin so ein langen Schläfer. War ich eben so 50 Gold? Cool, das war's aber auch. Ich wollte halt nur mal gucken, was funktioniert. Na ja, ist schon geil. Könnt' ich mal aufs Screen machen? Ne, ich will dich gar nicht. Na ja, suchen wir jetzt Quakalum, ich weiß nur, dass der nach oben ist. Ja, weiß ich nicht. Das war schon geil. Ach, das ist ja schon eine Quakalum. Hallo. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst... Okay, müssen wir jetzt mal aus der Truhe holen. ... noch mal das Spiel speichern. Ja, ja. Boah, die spielen schon knapp eine Stunde. Ja, klink logisch, ist auch schon... ... die nächste Fahrt. Hallo. Was willst du? Okay. Meine Rezepte sind unver... ... wir sehen uns. Nick! Okay. Wie komme ich an das Rezept? Gar nicht! Er hält es in seiner Truhe verschlossen! Okay, muss ich gucken. Okay, brauchen die Triche. Die Triche, die Triche. ... aber... ... frag mich bloß nicht, wo ich sterbe bekomme. ... mooooooooon... Boah, ey, der ist... ... fiechig, der Typ. Ja, dann bereue ich euch mit dem Reden. Tschüss. Aber bestimmt von da unten, da ist nur einer, der kann schmieden. Ah! Ah! Ach, der Ding. Schimpensbundbeig, ey! So! Templor... Templor... ... ... ... ... ... ... Hi! Da bist du zum falschen Ort gekommen. Ich hab nicht viel Zeit für neugierige Fragen. Aber behalte für dich. Muss nicht gleich jeder... Und ich will... ... gud... ... Ja, äh... ... elf... ... meine hat... ... ... ... ... ... Ja, halt ich mich mehr, aber... ... tschüss. Dir im Problem... Ich plassiert. Letztendlich die gleiche Waffe wie ich. Spass, Bibi. Kuh an. Okay, ich... 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 ...gebe mal ein paar... ...Naja, umlegen... ...für... ...ja, kommt...